Viele Menschen schreiben 50, 100, 200, 300, 500 Bewerbungen. Sie gehen in quälende Interviews, machen Testverfahren und warten dann ewig lang, um Feedback zu bekommen. Und es gibt ganz viele Leute, die sagen, hey, geht das nicht anders? Muss ich wirklich durch diese Bewerbungsmühle gehen? Und ja, es geht anders. Es gibt Menschen, die haben eine tolle Karriere gemacht, die haben sich noch nie in ihrem Leben beworben. Die haben noch nicht mal einen Lebenslauf. Und vielleicht ist das sogar die bessere Art, einen Job zu finden, als diesen klassischen Bewerbungsweg zu gehen. Und ich zeige dir heute 5 Möglichkeiten, wie du einen Job bekommen kannst, ohne eine einzige Bewerbung zu schreiben. Möglichkeit 1, und das wird oft verschmäht, das ist Vitamin B. Die Beziehungen, die Beziehungen, die wir haben. Ich habe das schon ganz oft hier auf YouTube und im Podcast gesagt. Du musst dein Netzwerk pflegen. Wenn du ein gut ausgebautes Netzwerk hast und du teilst diesen Bekannten, Freunden, Ex-Kollegen, Kommilitonen und so weiter mit im Sportverein, dass du auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bist, vielleicht auch möglichst konkret, in welche Richtung es gehen soll, dann kommt ganz oft was zurück. Du pflanzt es quasi in diese Leute rein und weil die ja gewogen sind, weil sie dir helfen wollen, weil du ihnen ja vielleicht auch schon mal geholfen hast, kommt doch oft was zurück. Und es ist ganz oft so, dass die besten Jobangebote nicht aus deinem engsten Freundeskreis kommen, weil die sind meistens in ähnlichen Jobs wie du, sondern quasi aus dem, was da drum liegt. So Ex-Kollegen, Leute, die du von der Uni kennst, die du mal im Urlaub kennengelernt hast, die halt in ganz anderen Netzwerken unterwegs sind. Und wenn du das für dich pflegst, dann kann es sein, dass da ganz, ganz tolle Jobangebote auf dich zukommen. Du musst den Leuten natürlich auch sagen, dass du was suchst. Du musst jetzt nicht alle anrufen und sagen, hey, ich brauche ganz dringend einen Job. Du kannst sagen, hey, ich bin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Soll in den Bereichen A, B und C sein, soll ungefähr das und das beinhalten. Das heißt, wenn du mal was hörst, was spannend sein kann, wenn du dich mal ein bisschen umhörst in deinem Umkreis, wäre ich dir sehr dankbar. Und das funktioniert wunderbar. Wir wollen eigentlich immer Menschen einstellen, die wir kennen, die aus unserem Netzwerk sind. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass du ein Teil dieses Netzwerks wirst. Und es gibt bei Vitamin B noch eine andere Art Karriere zu machen, dass du mit deinem Chef mitgehst. Es gibt viele Unternehmen, gerade auch im Banking-Bereich, aber auch im Vertrieb. Da wird der Vertriebsleiter, bekommt eine neue Stelle angeboten und sagt, ich nehme die besten Leute aus meinem Team mit. Und meistens ist die Aufgabe auch spannender. Das heißt, du machst im Prinzip Karriere im Fahrwasser von deinem Boss, der für dich die besten Möglichkeiten rausfindet. Das funktioniert natürlich nur, wenn dein Boss sagt, hey, ich will den gerne mitnehmen oder die. Der ist so gut, die ist so gut, die muss ich bei mir im Team haben. Und das ist vielleicht auch eine der Grundvoraussetzungen, wenn du dauerhaft Karriere machen willst, wenn du willst, dass die Menschen dich ansprechen. Du musst einfach richtig gut in deinem Job werden. Idealerweise musst du zu den Besten gehören. Wenn du zu den Besten gehörst, brauchst du dich nie wieder zu bewerben. So, wir haben über das Vitamin B gesprochen. Aber es macht natürlich auch immer Sinn, dass du dann auch gefunden wirst. Und das ist ja heutzutage so einfach wie nie. Über LinkedIn, Xing kannst du dein Profil veröffentlichen. Man kann sehen, was du gemacht hast. Du kannst ein paar Beiträge zu deiner Expertise veröffentlichen. Vielleicht auch zu Beiträgen, die du geschrieben hast. Wenn du mal einen Vortrag gehalten hast. All das kannst du dort präsentieren. Und du kannst dann von zukünftigen Arbeitgebern, aber auch von Headhuntern gefunden werden. Und es gibt immer mehr Unternehmen, die mittlerweile aktiv auf Xing und auf LinkedIn suchen. Das heißt, die schreiben dich an und sagen, hey, ich hätte einen spannenden Job für dich. Ja, das ist doch toll. Brauchst du dich nicht mehr zu bewerben. Du hast ja dein LinkedIn-Profil. Das ist meistens auch schon dein Lebenslauf. Du brauchst nur noch zu warten, wenn du es richtig machst, dass die Jobangebote bei dir reinkommen. Da sind wir auch gleich schon bei Möglichkeit 3. Also, wenn du Experte bist, wenn du ganz besonders gut in dem bist, was du machst. Wenn du eine tolle Webseite gebaut hast. Wenn du irgendwie einen Preis gewonnen hast als bester Azubi oder sonst irgendwas. Ja, da macht es auch immer Sinn, darüber zu reden. Das auch publik zu machen. Da gibt es vielleicht Artikel, die über dich veröffentlicht worden sind. Oder du hast selber einen Artikel geschrieben. Du hast die Chance, bei einer Konferenz einen Vortrag zu halten. All solche Sachen solltest du natürlich nutzen. Und das bedeutet, dass du aber natürlich auch immer ein bisschen die Extrameile gehen musst. Weil wenn du nur einen 0815-Job machst, einen 9-to-5er-Job, dann wird das meistens nicht passieren. Dann gibt es die Möglichkeit 4. Die finden einige Leute ein bisschen unangenehm. Aber es ist eigentlich die beste Möglichkeit, tatsächlich den Job zu bekommen, den du haben möchtest. Also ich wollte früher mal bei Google unbedingt arbeiten und habe gemerkt, hey, wenn ich mich da bewerbe, kriegst du eine Absage. Das geht so schnell, da passiert gar nichts. Und dann bin ich hingegangen und habe geschaut, hey, gibt es denn jemanden, nicht jemanden, der bei Google arbeitet, in Kalifornien, den ich kenne. Oder den ich zumindest über zwei Ecken kenne. Und dann habe ich halt ein bisschen gesucht über LinkedIn und habe tatsächlich dann ein paar Deutsche gefunden, die da arbeiten. Und habe die angeschrieben und habe gesagt, hey, was muss ich denn tun, um bei Google arbeiten zu können? Wie komme ich da rein? Wie komme ich an dieser Masse vorbei? Und lohnt sich das für mich überhaupt? Also ist das wirklich so toll, wie alle denken? Und die Leute waren sehr, sehr auskunftsbereit und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie dieses und jenes mache, da war ich ja eher so im Marketing- und Vertriebsbereich unterwegs. Wie komme ich da am besten rein? Und die haben mir ganz viele Tipps gegeben, um da hinzukommen. Gut, im Endeffekt ist dann bei mir was anderes rausgekommen, karrieremäßig. Aber das ist eigentlich der Weg, den du natürlich gehen kannst. Wenn du sagst, hey, ich möchte gerne bei Porsche arbeiten. Ich möchte gerne bei, ich weiß nicht, Apple arbeiten oder sonst irgendwo oder bei einem Unternehmen bei dir in der Region. Schau doch mal, wen du da kennst. Schau doch mal, wen du da kennst. Dann kannst du die interviewen und kannst sagen, hey, ist das wirklich so toll da, wie ich mir das vorstelle? Manchmal sagen die nämlich auch, nee, ganz ehrlich, ich würde an dieser Stelle hier nicht anfangen. Das ist ja auch wichtig. Und dann sagst du, okay, wenn ich hier den Job in der Produktion machen will, wie komme ich denn an die Produktionsleiter? Was ist dem wichtig? Wie muss ich mich präsentieren? Kann ich den irgendwo mal treffen, irgendwie bei einem Sportverein oder sonst irgendwas? Und so kannst du dir deinen Job erarbeiten. Ganz gezielt, es gibt Menschen, die wir begleitet haben, die sich ganz, ganz gezielt in ihrer Region bei ihrer Wunschfirma Stück für Stück, das geht nicht von heute auf morgen vielleicht, ihren Job erarbeitet haben sozusagen. Also die haben sich quasi verkauft und haben sich nicht beworben. Dann sind wir schon beim letzten Punkt, der ist auch nicht von der Hand zu weisen. Headhunter. Ich bin ja selber Headhunter für das Thema Vertrieb. Aber wenn es jetzt einen Headhunter gibt, der sich genau für deinen Beruf konzentriert hat, spezialisiert hat, der vielleicht auch genau in deiner Branche, in deiner Region unterwegs ist, wo du auch siehst, hey, der hat spannende Jobs. Dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, mit diesem Headhunter in Kontakt zu treten, dafür zu sorgen, dass er dich kennt, dafür zu sorgen, dass er verstanden hat, wo du gerne hin möchtest, weil dann hätte er ja auch was davon, wenn er dich vermittelt. Aber jetzt, sagen wir mal, deinen Lebenslauf an alle Headhunter zu schicken, das macht meistens weniger Sinn. Das kann mal funktionieren, aber das ist dann im Prinzip auch wie Bewerbungen streuen. Aber wenn du sagst, hey, hier gibt es einen Headhunter, der arbeitet für Firmen, die ich spannend finde, der hat Positionen, die ich sehr, sehr spannend finde. Es gibt ja auch Headhunter, die sich auf gewisse Branchen, was weiß ich, den Handel oder die Industrie oder Zersparnung oder sowas oder Verpackungsindustrie spezialisiert haben. Und wenn du sagst, hey, ich bin in der Verpackungsindustrie unterwegs, dann macht es natürlich Sinn, mit so einem Headhunter in Kontakt zu treten, dafür zu sorgen, dass der dich kennt. So, ich habe ja über LinkedIn gesprochen, das ist sicherlich eine der einfachsten Möglichkeiten, gefunden zu werden. Ich habe ja auch gesagt, hey, ganz viele Unternehmen gehen jetzt gerade auch aktiv auf die Suche, sprechen Leute ganz aktiv an, sagen, hey, hast du nicht mal Interesse, dich mit unserem Unternehmen auseinanderzusetzen? Hast du keine Lust bei uns zu arbeiten? Aber dazu musst du natürlich gefunden werden. Und wie du das machst, wie du dein Profil aufbaust, wie du es quasi zu einem Jobmagneten wirst, dazu habe ich eine extra Folge produziert. Die mache ich hier unten in die Kommentare rein oder natürlich auch in die Show Notes vom Podcast.